Mit einer Bilanzsumme von über 1,6 Milliarden Euro zum 31.12.2020 ist die Raiffeisenbank Wels die größte Raiffeisenbank in Oberösterreich. Dabei zählt Machtrenk zu den größten der in Summe elf Bankstellen der Raiffeisenbank-Wels-Familie. Das elfköpfige Team in Machtrenk ist für ihre Kundinnen vor Ort der Ansprechpartner bei allen finanziellen Anliegen. Während andere Banken Filialen zusperren, bleiben wir als Raiffeisenbank Wels für unsere Kundinnen und Kunden vor Ort. Vom Schaltergeschäft bis zum Beratungsgespräch schätzen unsere Kundinnen und Kunden das Service direkt in der Region. Zusätzlich investierte die Bank 2021 in einzelne Projekte, um das Serviceangebot für ihre Kunden zu erweitern. Wir haben 2021 auf unserem Kundenparkplatz eine Schrankenanlage installiert. Unsere Kunden parken wochentags zwei Stunden und am Wochenende ganztags kostenlos, um ihre Bankgeschäfte bequem abwickeln zu können bzw. Erledigungen in der Machtrenker Innenstadt zu tätigen. Zusätzlich investieren wir laufend in unseren Selbstbedienungsbereich, damit unsere Kunden auch außerhalb der Beratungszeiten ihre Finanzgeschäfte über moderne Geräte abwickeln können. Von Kunden für Kunden. Die 2018 ins Leben gerufene Danke-Bonus-App der Raiffeisenbank-Wels erfreut sich zusätzlich bei den Kunden großer Beliebtheit. Die Danke-Bonus-App wurde damals ins Leben gerufen, um Danke zu sagen bei unseren Kundinnen und Kunden für die intensive Zusammenarbeit mit uns. Unsere Kunden können ihre Punkte einsetzen für regionale Köstlichkeiten unserer Partner bzw. Events vor Ort. Es ist uns somit gelungen, unsere Firmenkunden und Privatkunden zusammenzubringen. In Kürze dürfen wir unseren Kundinnen und Kunden den Machtrenker Genusskorb anbieten. Auch hier als Dankeschön für das Vertrauen in uns.